Microsoft Publisher Gestaltungsregel 4 Haben Sie Mut zu Leerraum, zu sogenanntem Weissraum. Also lassen Sie Flächen leer und stellen Sie Textblöcke ein bisschen auseinander und nur das, was zusammengehört, liegt auch zusammen. Ich habe hier drei Textblöcke, die stelle ich doch jetzt einmal mutig auseinander. Ich mache die Ansicht ein bisschen kleiner. Ich stelle den untersten, die Reservation, also ganz unten hin. Hier, was, wann, wo in die Mitte und das soll der Titel sein. Das ging so schnell. Sieht das denn jetzt auch besser aus? Im Moment natürlich noch nicht, aber es kommt schon gut. Noch etwas. Es gibt verschiedene Zeilenumbrüche. Hier hat Publisher automatisch den Zeilenumbruch gemacht. Das ist wirklich der automatische Zeilenumbruch. Das heisst, die Zeilenabstände sind nah beieinander. Hier habe ich von Hand einen Zeilenumbruch gemacht. Der Abstand ist ein bisschen grösser. Und diese Abstände müssen wir einmal genau ansehen. Im Moment ist der Abstand nach dieser Zeile hier grösser als beim Rest. Wo ist das einzustellen? Ich schaue mir das in diesem Bereich einmal genauer an. Ich markiere den Text, gehe hier zu Zeilenabstandsoptionen, und zwar gerade zu diesen hier. Und sehe hier, der Zeilenabstand ist nach dem Absatz 6 Punkte. Was heisst das? Ich schalte jetzt die unsichtbaren Zeilenumbruch ein und sehe, dass hier eine Zeilenschaltung gemacht wurde. Das heisst, das ist jetzt hier unten ein neuer Absatz. Dieser Zeilenumbruch hier hat Publisher automatisch gemacht. Also ist dieser Abstand ein bisschen kleiner als ein harter Absatz, wie man dem auch sagt. Ich stelle mal den Zeilenabstand überall auf 0. Das heisst, hier auch nach dem Absatz ist er 0. Das heisst nicht, dass er nichts ist, sondern es ist einfach so gross, wie die Schrift gross ist. Okay? Und jetzt sind alle Abstände gleich. Die meisten machen das so. Immer wenn sie einen Abstand machen möchten, machen sie eine ganze Zeile Abstand. Ich mache das hier einmal. Das heisst, hier ist wieder Titel, dann eine Zeile nichts und dann beginnt wieder der Text. Das sieht aber nicht so toll aus. Das ist zu viel. Also ich nehme diesen Zeilenschlag wieder raus mit Delete und regle das nun hier über die Zeilenabstände. Ich sage, der Abstand nach einem Absatz, der sei eben zum Beispiel 6 Punkte. Okay, jetzt ist er ein bisschen grösser geworden und es ist doch nicht ganz ein Zeilenabstand. Also immer dann, wenn ich einen neuen Absatz machen will, zum Beispiel hier bei Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeit. Ich setze hier den Cursor und mache nun mit Enter einen Zeilenabstand. Jetzt ist dieser Abstand wieder diese 6 Punkte. Und wenn ich das nun aber nicht mit einer harten Zeilenschaltung machen möchte, sondern den gleichen Abstand wie hier, dann, lösche ich das nochmals, kann ich mit Shift, also Grossschreibtaste und Enter einen weichen Zeilenabstand machen. Eine weiche Zeilenschaltung. Dann sieht man hier diesen eckigen Pfeil. Was dieses runde Kreislein hier soll, das erkläre ich später. Das ist ein geschütztes Leerzeichen. Zum Schluss nochmals. Also regeln Sie Absatzabstände hier über Absatzabstände. Nach dem Absatz, hier können Sie die Punkte genau einstellen und verwenden Sie nicht einfach eine Leerzeile. Sieht viel schöner aus. Und jetzt zur Regel 5.